was war der tut depp? ich bin wieder auf nix willst du den Dings aufheben? auch da nix was hängt denn da an einem Musi oder was? ne ich wollte den Rucksack aufheben aber beste E nix passiert meine Frau ich habe hier Pfeile entdeckt solche mit Pfeilen fließen ach kacke ich konnte sie abdrehen ticken zu früh stufe 2 ja letztens war immer so da war nur so ein Bruchteil von einer Sekunde stufe 2 hatte ich gerade mit dem abgeschossenen Bord auch es gibt eine neue Killspitzenreiter neuer Killspitzenreiter neuer Killspitzenreiter hier ist ein Rucksack oh ja bitte hier ist noch ein Elektrogewehr wir sind schon andere das war klassische Menschen wer stellt sich mal dazwischen? alles zu voll kriegen sowas probieren wir gar nicht erst aus solche Experimente was meintest du Schatz konnte ich nicht hören weil ich hier direkt bei dem Ding stand zu experimenten probieren wir gar nicht erst genau schmink die Hofer Leute der Ring schließt bald und wir haben noch einen weiten Weg hier ist eine R301 ja ich auch schmink die Hofer Leute gerne nach dem nächsten Ring seht auf eure Zugnase ich will ja nicht kleinlich sein Leute aber der Ring schließt sich und wir sind noch nicht drin ich würde sagen wir gehen hier entlang ich würde sagen wir gehen hier entlang ist noch was? oh du 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 damit es husten dann schluck auf da ist schlimm dann kurz vorm sterben so schlimm ist es dann doch noch hier ist eine optik für schlafschützen hier habe ich schon danke stufe 2 ein jungs wo fliegt mein leichtes magazin oder ich habe bis jetzt nur ein blaues hier ist ein rucksack stufe 2 ja er klingt dabei immer so stolz deswegen meinte ich dass er das ist eine weise wie er es ausdrückt das ist schon komisch bei ihm hier waren aber wir gibt es einen heißen arsch ja da kommt nämlich so nah und dieses kuchen bringt sie wieder mit wie immer wir sind es ja gewohnt mittlerweile und schlimme dir ja ich weiß ist trotzdem nett von euch dass sie es mit mir aushaltet ja weißt du nobody is perfect wenn er halt so eine magische anziehungskraft auf zonen hast ja mei dann halt dich von den zonen fern ist immer von der zone abhängig mei dann war ja der hausgang mei dann war ja der hausgang das sehen tue ich mal da oben nix der nächste ring ist weit weg falls ihr eine rakete habt solltet ihr sie jetzt benutzen hier ist auch irgendwie nicht mehr nehme ich doch mit ja schon da liegt ich glaube die waren so gefühlt hinterher aus der richtung auf der anderen bergseite was der richtung kommen ausschüsse ja nichts neues was gerechnet dort was 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 stufe 2 ich hab's geahnt dass es kommt ich höre auch nix dass auch auf da steht ich liebe diesen art der ring bewegt sich freunde kann es nicht innerhalb der zone bewegen einmal was neues dann frisst du den morgenstern dafür ich gönne meinen schilden eine aufladung schilder werden umgeladen oben ist keiner mehr drinnen sie sind mit der zippie wieder siepplein frage ist nur wohin ok die einladen goldenes schild also drei stück sind auch da sind da hinten weg ich stehe halt recht weit oben die kriegen glaube ich in der richtung geschossen ja von da glaube also von der richtung weil die schüsse sie ist nämlich nicht so würde ich kann meinen schilden eine aufladung ach dann da hängt schon wieder da hinten rum nö die 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 Ich habe unsere nächste Ringposition gefunden. Seht auf eure Karten. Augenhof zum Himmel, Leute. Ein Care-Paket. Ich sehe da oben jetzt nichts. Ich höre noch was. Ich war mal so voll. Besser als außen rum zu laufen. Oh, das ist gemein. Ich kann doch nicht mal pingen. Nein, wir machen das nicht mit Absicht. Gott sei Dank hatte ich gerade noch die Batterie durchgedrückt gekriegt. Hier können sie die schon nicht kriegen. Da hinten, weil da ist Racing gegangen. Hinter den Felsen. Das Problem ist, die sind dort. Wieder zurückgekommen. Er läuft einer in der Zone lang. Jungen, hör mal auf, auf mich zu schießen. Komm, komm ich zu dir und dann fick ich dein Leben. Ich glaube, die sind unter dir. Ja, ja. Ich glaube, die sind unter dir. Shit von links. Aber gut gemacht, Schatz. Echt? Dankeschön. Und. Ja.